Hallo und willkommen zu einem Video, in dem ich euch zeigen möchte, wie ich VoiceAttack nutze, um Games zu zocken. Und wie das genau aussieht, zeige ich euch gerne mal an ein paar Beispielen. Dazu starte ich erstmal VoiceAttack. Ich habe das auf Steam. Und hier seht ihr einfach nur meinen Browser-Hintergrund übrigens. Also nur damit wir überhaupt irgendwas sehen, außer diesem kleinen Programmfenster. Also ihr könnt es mehr oder weniger ignorieren, was hier sonst noch abgebildet ist. Ich versuche, ich mache mal das Fenster noch ein bisschen größer. So, als erstes sieht hier oben eine Zeile mit Profil. Ich habe hier mehrere Profile drin. Das sind die Spiele, für die ich schon mal Sprachbefehle eingerichtet habe. BDG3 steht für, bei das G3. Das können wir uns auch gleich direkt mal ansehen. Und ihr seht auch schon, dass hier was passiert. Hier wird erkannt, was ich sage. Aber es wird nicht verstanden, weil das alles keine Befehle sind, die ich eingerichtet habe. Deswegen ist es gelb und das steht Unrecognized. Ihr könnt dem Programm allerdings auch sagen, es soll kurz mal aufhören zuzuhören. Das wäre der Button hier rechts. Dann geht das hier nicht, läuft das hier nicht die ganze Zeit mit diesen Befehlen durch. Dann gehe ich hier rechts auf Edit Profile und kann hier jetzt Befehle verändern, hinzufügen oder löschen. Und ich habe hier schon bei BDG3 jetzt 82 Befehle drin. Das ist erstmal eine Menge. Ich brauche nicht alle immer oder nicht alle natürlich auch gleich häufig, aber die meisten schon. Denn das meiste davon ist zum Beispiel ein einfacher linker Mausklick. Vieles, was wir in BDG3 steuern, machen wir über Mausklick. Wir klicken Loot auf dem Boden an, um ihn aufzuheben. Wir klicken einen Rucksack an, um ihn zu öffnen. Wir klicken eine Person an, um mit ihr zu reden. Wir klicken eine Truhe an, um sie zu öffnen. Wir klicken auf eine Tür, um sie zu öffnen. Also, oder wir klicken auch, um zu laufen. Also alles bei BDG3 funktioniert, also fast alles funktioniert eigentlich über einen einfachen linken Mausklick. Deswegen habe ich davon auch einige Befehle. Damit es nicht so langweilig wird und ich nicht einfach immer nur Klick sage, habe ich auch verschiedene Wörter für einen einfachen linken Mausklick. Das heißt, wenn wir uns hier die erste Zeile angucken, OK ist das Wort und der Befehl ist, klicke die linke Maustaste für eine Dauer von 0,1 Sekunden. Ich öffne diesen Befehl. Jetzt sehen wir noch mal die genaue Übersicht hier. Wenn ich sage OK, drückt es mir an die linke Maustaste für eine Dauer von 0,1 Sekunden. Wenn ich sage Öffnen, macht es dasselbe. Wenn ich sage Benutzen, macht es dasselbe. Wenn ich sage Bonus, macht es dasselbe. Wenn ich sage Angriff, macht es dasselbe. Was es auch machen kann, außer einem einfachen linken Mausklick, ist zum Beispiel ein doppelter linker Mausklick, was ich zum Beispiel brauche, wenn ich was im Inventar habe und meinen Charakter ausrüsten möchte. Deswegen habe ich zum Beispiel den Besprachbefehl Ausrüsten und dann klickt es mir zweimal. Also macht einen Doppelklick. Was man auch machen kann, außer die Mausklicks, ist natürlich Tasten zu drücken auf der Tastatur. Ein Beispiel hierfür hätten wir, wenn ich ins Menü möchte, drücke ich ESC. Also wenn ich dann, deswegen, wenn ich sage Menü, drückt es mir ESC und öffnet dann das Menü. Oder wenn man in Bald Escape einen Zug beenden möchte, kann man die Leertaste drücken. Also habe ich mir den Befehl eingerichtet, wenn ich sage Zug beenden, drücke Leertaste, halte für eine Sekunde und lasse wieder los. Die Tastatur kann ich euch auch gerade nochmal demonstrieren. Dazu sage ich hier dem Programm, wie das soll wieder zuhören. Wir sind immer noch in dem Profil, weil das geht, drin. Und wenn ich jetzt mal auf diese Haftnotiz gehe bei mir. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage Inventar, dann könnt ihr sehen, mein Sprachbefehl war Inventar und Voice Attack drückt für mich die Taste I. Weil mit I öffnet man das Inventar in den meisten Spielen. Genauso wie zum Beispiel Karte. Wenn man M drückt, öffnet es die Karte. Also habe ich ihm gesagt, wenn ich Karte sage, drücke bitte M. Ziemlich simpel. Ich habe auch die Zahlen drin. Eins, zwei, drei, fünf, acht. Weil man bei Baldur's Gate, wenn man im Dialog ist, die Antwortmöglichkeiten durchnummeriert hat. Und wenn man die Antwortmöglichkeit zwei haben möchte, kann man einfach die zwei drücken auf der Tastatur. Und deswegen kann ich das mit Sprachbefehl auch wunderbar ansteuern. Das heißt, Mausklicks, linke Mausklick, rechter Mausklick, tatsächlich auch mittlere Mausbutton oder Scrollen oder Doppelklicks gehen sehr gut. Alles, was man auf der Tastatur drücken kann, geht sehr gut. Schwierig wird es natürlich bei Computerspielen, wenn es darum geht, den Charakter zu bewegen oder die Kamera ingame zu bewegen. Und da treffe ich auch auf meine Grenzen. Aber ich kann euch zumindest zwei Beispiele zeigen, wie ich Kamera bzw. Charaktersteuerung zumindest teilweise mit Sprachsteuerung machen kann. Bei Baldur's Gate funktioniert das sehr gut, weil mit Baldur's Gate kann man die Kamerabewegung mit der Tastatur machen und wenn man den linken Mausbutton runterdrückt, kann man laufen. Also ist das, was ich machen möchte, wenn ich laufen möchte, dieser Befehl hier. Ich sage laufen. Wenn ich sage laufen, dann drückt es mir den linken Mausbutton runter. Wenn wir jetzt sehr genau hier reingehen, sehen wir Press Down, Left Mausbutton. Und das ist auch die Auswahl, die man so hat. Man kann klicken, man kann doppelklicken, man kann dreifach klicken, man kann runtergedrückt lassen. Dann wird es aber unendlich, das runterdrücken. Man kann loslassen oder man kann toggeln. Also man kann eine bestimmte Zeit lang, die man auch selbst definieren kann, sagen, dass eine Taste gedrückt werden soll oder ein Maus geklickt werden soll. Man kann den dauerhaft runterdrücken lassen oder klicken lassen, bis man was anderes dem Programm sagt. Oder man kann eben sagen, es soll etwas loslassen. Und das ist was, was ich in Kombination nutze für mich, weil das für mich war die einfachste Version, zum Beispiel in Baldur's Gate zu laufen. Das bedeutet nämlich, wenn ich in Baldur's Gate laufe, habe ich hier diesen Befehl, dass es mir die Maustaste runterdrückt. Und wenn ich dann Halt sage, dann lässt es die linke Maustaste los. Bitte ignoriert erstmal die Fs davor, das kann ich vielleicht später noch erklären. Wenn ich Laufen sage, läuft der Charakter also so lange, bis ich Halt sage, bis die linke Maustaste wieder losgelassen wird. Und das geht bei Baldur's Gate zum Beispiel sehr gut, wie ihr jetzt sehen könnt. So, guckt einfach mal hier, guckt einfach mal hier auf den Mauszeiger. Laufen und Finger geht runter und wir laufen. Und ich bewege einfach nur die Maus und muss nicht runterdrücken. Aber die Mausbewegung selbst ist sehr schwierig, so fein getunt zu machen. Und ich habe das auch noch niemanden gefunden, gesehen, der das machen kann. Halt. Und linke Maustaste wird wieder losgelassen und ich bleibe stehen. Hier meine Angriffe muss ich ja auch im Prinzip einfach nur einen linken Maustasten-Klick machen. Das heißt, alle Befehle von mir würden jetzt funktionieren, die einfach einen einfachen linken Maustasten-Klick haben. Also zum Beispiel einfach nur Klick ist ein Befehl von mir. Klick. Allerdings, da Klick und Klick immer zu sagen ziemlich langweilig ist, habe ich das für die Spiele halt so eingerichtet, dass ich halt sehr viele verschiedene Wörter sagen kann. Und die alle sind ein linker Maustasten-Klick. Benutzen. Heilen. Benutzen. Angriff. Weiter. Alles linke Maustaste. Weiter. Und ich hatte ja auch vorgestellt die Befehle. Karte. M wird gedrückt. Karte. M wird nochmal gedrückt und die Karte schließt sich wieder. Inventar. I wird gedrückt. Und das Inventar öffnet sich. Schließen. Escape wird gedrückt. Inventar schließt sich wieder. Drillings. Ist meine Kamerasteuerung, weil die hier im Game sehr gut geht mit Q und E. Drillings. Umdrehen. Und wie genau das geht, zeige ich euch gleich noch. Was ich leider vergessen hatte am Anfang des Videos zu sagen. Am besten ist es natürlich, wenn ihr, das sagt euch VoiceAttack eigentlich auch, wenn ihr das erste Mal das Programm öffnet, wenn ihr mit eurem Computer erstmal ein Sprachtraining macht. Also Windows hat ein eigenes Sprachtraining. Und wenn ihr das mal ein paar Mal gemacht habt, dann versteht euch der Computer besser. Wichtig ist natürlich dafür auch noch ein gutes Mikrofon zu haben. Und dann sollte es eigentlich auch mit der Sprachsteuerung funktionieren. Weil ihr seht natürlich auch bei mir in dem Fenster rechts oben, was ihr eingeblendet habt, dass auch mal Sachen nicht erkannt werden. Also zum einen werden sie nicht erkannt, wenn es halt einfach kein Befehl ist oder wenn der Befehl nicht erkannt wurde, weil ich habe undeutlich gesprochen. Oder es kam zum Beispiel irgendein Geräusch dazwischen. Bei mir ist oft, dass der Rechner mal rauscht. Und dann versteht es zum Beispiel F. Also das Rauschen meines Computers ist für ihn ein F für VoiceAttack. Deswegen habe ich zum Beispiel auch F vor manchen Befehlen, wichtigen Befehlen, wie sowas wie Halt, damit mein Charakter stehen bleibt und das noch erkannt wird, habe ich halt, dass es sowohl F, Halt, als auch Halt versteht. Und deswegen das F, was ihr vielleicht ab und zu mal bei mir jetzt gesehen habt, liegt daran, dass mein PC manchmal halt so rauscht. Oder wenn man halt Befehle zu schnell spricht, also wenn ich es sagen würde, Inventar, Karte, Klick. Das ist dann alles ein Wort für VoiceAttack und das versteht dann das nicht als Einzelbefehle. Was es dann zum Beispiel bei Spielen, wo man schneller kämpft, natürlich schwierig macht. Wenn man sehr schnell Angriffe ausführen muss, ich nehme natürlich dann zum einen ein Wort, was sehr kurz ist. Ich nehme in der Regel zum Beispiel Hit. Und weil das ein kurzes Wort ist, ich weiß, was es bedeutet, das heißt Schlagen, dann kann ich sagen Hit, Hit, Hit. Das geht sehr recht schnell und es wird auch meistens verstanden. Aber wenn ich sagen würde, Hit, 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 das würde nichts verstehen, das würde jetzt nicht dreimal hitten, das würde dann nur einmal hitten, wenn es überhaupt das verstanden hat. Ja, soviel erstmal zur Demonstration. Wenn ihr noch mehr Demonstrationen sehen wollt, wie sieht das in-game aus, dann guckt euch gerne eins meiner anderen Videos an, wo ich ganz normal meine Let's Plays mache, meine Spiele spiele, weil die zumindest die neueren Videos alle sprachunterschützt sind. Allerdings mit dem Laufen alleine ist natürlich nicht getan, weil die Kamera muss ja noch gesteuert werden, was auch wieder hier bei Ballos geht, sehr gut funktioniert, weil man mit Q und E die Kamera drehen kann. Dafür habe ich diese zwei Befehle. Dreh rechts, Dreh links. Bei Dreh rechts drückt es Q, hält es für 0,8 Sekunden und lässt wieder los. Ich habe 0,8 Sekunden für mich gewählt, weil das für mich einfach, ich habe das, das ist was, was ich einfach ausprobiert habe. 0,1 ist ein sehr, sehr kurzes Drehen. Eine Sekunde ist schon recht viel. Ich habe es nämlich auch umdrehen. Wenn ich nämlich jetzt E zu lange drücke, also mehr als 0,8 Sekunden, dann dreht es mir nicht nach links, sondern habe ich mich einmal umgedreht. Deswegen habe ich für Umdrehen drücke den Button E und halte ihn für 1,8 Sekunden und lasse ihn wieder los. Und dann habe ich einmal der Charakter, die Kamera hat sich einmal um den Charakter gedreht. Also so eine 180 Grad Wende, was sehr passend ist, da ist 1,8 Sekunden, das sehe ich gerade. Wenn man jetzt das Komma verschieben würde, kann man sich ganz gut merken. Das ist natürlich dann abhängig von der Kameraempfindlichkeit im Game. Das ist etwas, was man dann einfach ausprobieren muss. Aber das heißt, wenn ich sage Lauf und dann Dreh rechts und Dreh links, kann ich laufen und dabei die Richtung wechseln. Und leider funktioniert das natürlich nicht in jedem Spiel gleich gut, weil jedes Spiel da auch ein bisschen anders funktioniert. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal Dragon Age Vailguard raushole, wenn ich jetzt mal Dragon Age Vailguard das Profil öffne, hier habe ich 110 Commands, weil Dragon Age Vailguard für vieles andere Button hat. Und hier habe ich das so gemacht, wenn ich Laufen sage oder Lauf, man kann ja sagen, was man möchte. Man kann natürlich auch sagen, bewegt deinen Hintern. Dann drückt es mir W, weil mit in Dragon Age Vailguard läuft man mit WASD. Und aber genauso wie eben auch schon bei Beilus geht, wenn ich dann möchte, dass der Charakter stehen bleibt, sage ich HALT. Dann lässt es die Taste W wieder los. Und dasselbe habe ich. Ich habe das hier jetzt noch erweitert mit, dass es nach einer Pause für 0,1 Sekunden auch die Taste S loslassen soll. Falls ich mal zurücklaufe und stehen bleiben möchte, dass es dasselbe macht. Was hier leider nicht funktioniert, was bei diesem Spiel nicht funktioniert, ist die Kamerasteuerung über Sprachbefehl. Weil die nicht über Tastatur funktioniert, sondern auch nicht über Mausklick, sondern über Mausbewegung. Und wenn das jetzt nämlich eine Mausbewegung ist, sollte man ja meinen, okay, ich gehe jetzt auf Maus und dann auf Move. Also wir können die Maus zum Beispiel auf bestimmte Koordinaten setzen. Die Koordinaten werden bestimmt durch das Fenster, was man auf hat, das Programm, was man auf hat oder den ganzen Bildschirm. Also im Prinzip ist es eine Bildschirmkoordinate, nenne ich das jetzt mal. Steht hier auch Screen Coordinate. Oder Application Coordinate, also entweder Bildschirmkoordinate oder App- oder Programmkoordinate. Entweder gibt man die selbst ein oder man kann auch sowas machen wie oben links, oben rechts. Aber wir wollen ja wirklich eigentlich eine Bewegung. Und das wäre im Prinzip hier dieser untere Teil. Und dann könnte ich sagen, bitte bewege das 100 Pixel nach rechts. Dann würde der das machen, dann würde der Mauscursor 100 Pixel nach rechts wandern. Oder nach oben oder nach unten. Allerdings, also ich habe diese Funktion, auch diese hier mit den Mickeys statt Pixel, habe ich zumindest bei Dragon Age ausprobiert. Und auch wenn ich einen unglaublich hohen Wert eingebe, bewegt sich die Kamera nur so ganz minimal. Und an der Stelle kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Es gibt vielleicht Leute, die kriegen es hin. Aber bisher habe ich auch noch nicht so viel Informationen dafür gefunden, wirklich so diese Kamerabewegung, die über Mausbewegung geht, wirklich gut zu steuern. Deswegen greife ich dann meistens selbst zur Maus oder zum Gamepad. Also insgesamt mache ich halt sehr einfache Befehle. Und wir können ja mal gucken, was mein komplexester Befehl ist. Ja, mein komplexester Befehl sind eigentlich die Angriffe bei Dragon Age Vailguard. Weil man da oft so Kombo-Angriffe hat. Zum Beispiel, ich habe hier den Befehl Kette bei Dragon Age. Ich glaube, das ist mein längster Befehl. Der beginnt, dass ich die linke Maustaste drücke. Die linke Maustaste drücken lasse. Dann kommt eine Pause. Dann muss gedrückt werden Left Shift und die linke Maustaste. Weil man in Dragon Age Vailguard mit der linken Maustaste einen leichten, normalen Angriff macht. Mit Left Shift und linker Maustaste macht man einen starken Angriff. Und dann habe ich nach diesem starken Angriff nochmal einen schwachen Angriff. Und das ist diese komplette Befehlskette. Deswegen habe ich das auch Kette genannt. Das ist so eine Kombo, die ich halt meinen Charakter machen kann. Man kann schwacher Angriff, starker Angriff, schwacher Angriff. Das ist die Kombo. Und das muss ich halt eben dann entsprechend umsetzen. Links drücken, Pause. Die Kombination von Left Shift und links drücken für den starken Angriff. Dann muss es aber Left Shift auch wieder loslassen. Dann kommt nochmal eine Pause. Und dann drückt es nochmal die linke Maustaste für den leichten Angriff. Ich habe festgestellt, dass es mit diesen Pausen dazwischen besser funktioniert, als wenn man das einfach nur hintereinander aufreiht. So, und ich wollte eigentlich den Kettebefehl zeigen. Habe gerade festgestellt, dass er nicht so ganz so gut funktioniert. Ich kann verschiedene Dinge dran liegen, aber ich kann euch den Kombo-Befehl zeigen. Der ist ähnlich wie Kette. Das ist im Prinzip einfach eine Abfolge an leichten und starken Angriffen. Kombo. Und meine Hände sind gerade komplett weg von allem. Also ich fasse gerade nichts an. Oh, deswegen stehe ich jetzt auch im Baum, weil wenn ich Kamerabewegungen machen will, muss ich natürlich bitte die Maus anfassen. Lauf. Kombo. Ich muss nichts quicken. Ich mache es ja alles von selbst. Halt. Und so kann ich in Valgaard sprachunterstützt spielen. Ja, ich hoffe, damit konnte ich euch so ein bisschen näher bringen, wie VoiceAttack funktioniert und wie ich es in Spielen nutze, um sprachunterstützt die Spiele zu steuern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.